Adventskalender 8. Dezember von Richard Demel Furchtbar schlimm Vater, Vater, der Weihnachtsmann! Eben hat er ganz laut geblasen, viel lauter als der Postwagenmann. Er ist gleich wieder weitergegangen und hat zwei furchtbar lange Nasen, die waren ganz mit Eis behangen. Und die eine war wie ein Schornstein und die andere ganz klein wie ein Fliegenbein. Darauf ritten lauter, lauter Engelein. Die hielten eine großmächtige Leine und seine Stiefel waren wie deine. Und an der Leine, da ging ein Herr. Ja wirklich, Vater, wie ein alter Bär. Und die Engelein machten Hot, Hot. Ich glaube, das war der liebe Gott, Denn er brummte furchtbar mit dem Mund, ganz furchtbar schlimm. Ja wirklich, und... Aber Detta, du schwindelst ja, das sind ja wieder lauter Lügen. Na was schadet denn das, Papa? Das macht mir doch so viel Vergnügen. So? Na ja. Einen fröhlichen 8. Dezember wünscht euch eure Eva. visst aquobilien. Bis zum nächsten Mal. Want Jesus? Ja wirklich, favorable línea ist mir halt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020